Die Katrin auch nicht. Einer ist ihm auch nicht. Ja, keine Ahnung, was muss ich jetzt versachen. Oder was ist das? Was ist das? Ja, das geht halt schon so weit über. Keine Wissen mehr. Also ich glaube, wir haben ja schon. Und der Humidor ist da garantiert nicht. Wo jetzt seine Schuhe sind, weil ich glaube, ich glaube, dass wir in der Tat schon noch mal aufgeschneiden haben.